das geladet verpfiffst euch doch verpfiffst euch gesagt ja als ob du was schießen könntest mein Boot hat keinen Bock jetzt verfolgt das sehe ich mich auch noch ich bin ernst Hallo zu diesem Video und an ich bin wieder mein Projekt und was jetzt besonderlich ist die Version 1.7.5 draußen ja ansicht nicht sonderlich die Uhrzeit ist gut jetzt sagen wir machen uns auf ja ich helfe mir nicht mal mit oder drei nicht mehr mit oder mache ich mir einfach mal eine Eisenspitzhacke wir gehen dann los dann tschüss auch ich bin nicht im Glanz gespawnt egal dann tschüss äh hau in der Nähe vom Schnee und fahr ich wieder zu meinem Zuhause wie weit es weg ist Kilometer los so 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 ein kleiner Notfall aus der Insel ähm ah wo kann ich denn gleich vorbei fahren so ein kleiner Notfall ging das ähm muss ich kurz die Aufnahme stoppen aber jetzt geht es einfach weiter kundig lang die allerhand um okay Und ich will nicht zum Boden tauchen müssen. Jetzt kommt auch schneller. Nein, ich sterben. Tauch schneller, nein. Ich sterb hier noch. Krank. Ich bin so froh, dass man hier nicht verhungern kann. So. Wenn ich sehr verhungern könnte, dann würde ich einfach mal ganzes Zeug dort lassen, in dem einen Schneeding da, wo ich in dem Haus da, wo ich gerade war, und einfach sterbe. Und dann würde ich die Kiste tun und dann wäre alles super. Ach, alter, sterbe ich hier noch falsch, hier noch drei Herzen, noch gar nichts mehr. Und dann muss man aufpassen. Deswegen gehe ich hier auch so flott. Und lang. Wenn ich jetzt ein bisschen was erspricht, dann würde ich auch nicht viel. So, immerhin habe ich jetzt mal Leder oder so. Ja, egal. Das ist doch schon mal recht sinnvoll. Da links vorbei bin ich gegangen. Das weiß ich. Ich gehe hier im Land, das geht ein bisschen schneller. Und jetzt ist ja je weder Sekunde wichtig, denn wir sind ja nicht mehr sehr lebendig, wir hätten null mit totalem Hunger und noch drei Herzen. Das ist so schwer in der Nacht, das ist dann ernst. Noch schnell weiter wollen. Äh, waypoint. Äh, waypoint. Äh... Höhle. Okay. Okay. Okay, passt jetzt. Nein. Ist da was gebaut worden? Irgendwas? Ne, gar nichts. Ach, jetzt wird schon Nacht, das ist das dein Ernst. Ich will doch nur noch nach Hause und was essen. Alter, ich hab den Schnee vergessen. Alter, ich bin so verplant. Hm. Die Musik werden spannend, obwohl ich gleich sterben werde. Wie es so scheint. Nein, wieso? Das soll doch kein Wort heilen. Ich soll essen. Das ist jetzt ein bisschen. Das zieh entlang. Und noch einmal das letzte Mal Boot fahren. Auf dem Boot ist man ja recht sicher von manchen. So. Jetzt komm, das stelle ich im Land fest. Das ist auch super. Ja, komm. Nee, da war ich nicht fange rein. Denn mein Boot will nicht, wie soll. Ach, jetzt muss ich da durchgehen. Oh, ich schwimmen drumrum. Geht's überhaupt. Mal kurz schauen. Ja, doch, ich kann drumrum schwimmen. Beziehungsweise Boot fahren. Alles schon sehr schön. Was wurde mehr gebaut? So, ich sollte mir das mal anschauen. So ist Kater wieder weg. Und sich nichts, wie ich hinfahre. Und wo ich hinfahre überhaupt. In meinem Haus. Steht es noch. Hoffe ich mal stark. Ja doch, zum Glück. Oder? Ja doch. Hier also. Ein Skilat, der jetzt verpisst euch doch. Verpisst euch doch. Verpisst euch, habe ich gesagt. Ja, als ob du so etwas schießen könntest. Mein Boot hat keinen Bock irgendwie jetzt. Jetzt verfolgt das. Jetzt seh ich mich auch noch. Ist das jetzt dein Ernst? Vom Ernst? Jetzt rechte Maus, das Ziel absteigen. Hallo. Jetzt sprinten. Mach Hose. Mach. Ich muss irgendwie einen Geheimeingang machen. Das weiß ich schon. Sonst komm ich hier nicht hoch. Und wäre... Ist irgendwie alles kaputt hier, oder was? Ja. Ich würde sagen... Ähm, Level geschafft. Und von dem... Viech, ähm... Bin nicht zu mir geflüchtet, das war sehr schwer, aber was soll's so. Und sag mal, Hähnchen. Was gibt's denn heute? Drei Eier? Ein. Nein. Zwei. Nein. Drei. Nein. Wieso nicht? Wieso muss das jetzt keine Drei Eier waren? Keine Drei Hähnchen bestanden. Drei Eier waren wir nicht mehr mit Fleisch. Ähm... Warum auch immer. Jetzt ist es schön essen. Ja. So ist es egal. Ich tue mal die Hälfte mitnehmen. Hälfte, hab ich gesagt so. Und dann sollte das auch passen. Ich wollte da hinten schauen, weil da was neu gebaut wurde. Ah. ...ah. Verschiedene farbene Bäume. Sehr schön. Find ich sehr cool. So. Guck mal, dass hier alles ist. Ich geh jetzt mal... also was ist hier passiert komm weil ich bin ich dann ein bisschen weg, ist gleich alles im Arsch mehr so, ich gehe noch schnell zur Höhle und dann ist der Paar auch schon aus natürlich wollen wir überlegen und schauen was es in der Höhle zu sehen gibt die Höhle hier entlang gehen auch scheiße, ist mein Schwert kaputt wieso hau ich auch mit dem Schwert nicht doof so veröffentlichte obwohl im Moment geht doch kein obwohl doch, man kommt bestimmt gleich so dahin oh ne anders so mein Schwert jetzt mach weg so so hinten sieht man es schon wie soll ich jetzt ein Herz verloren ich bin doch nicht wirklich hoch runter gefallen na egal ich bin doch da ich bin doch da ja ich gehe außen da muss ich ein bisschen schneller der Weg ist länger aber die Zeit zeitig müsste schneller sein und jetzt schwimmen wir hinein ins Abenteuer eine Fackel eine zweite Fackel und bauen wir es ab diese Kohle diese Kohle oh 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 da ist etwas nix besonderes wie scheint aber das wird wieder Tim sein oder so ja Tim hier war noch glaube ich irgendwo aber immer so wenn ich mal Monster oder so bräuchte dann kommen die nicht und wenn ich aber Monster dann gehe er weg wenn ich jetzt anzukommen dann bin ich blöd und dann ganz schön böse bei noch zu kommen so die Würde sieht sehr interessanter und Lava scheint hier zu sein ja ist sogar und Gold ich meine Fackeln so wenn ich die hier gibt es die 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 das 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 wo ja Tim um und da ist da was da ist wieder was auch ich würde ich jetzt so weit in Julien ein und bis ein Krimi von der Kirche weg springt Hübschel vorgabe ich verschreckt und das Koppel die Tümer der Köln wenn er nicht in die Die dummsten, äh, dümmsten, bescheuerten, ähm, Viecher, ähm, Mops finde ich eiskalt, die, ähm, die heißen sie dann. Ihr wisst schon, was ich meine, äh, bösen, bösen Viechernamen Skelette. Ich meine, ich halt gar nicht, weil sie einfach mal voll gut, äh, nach, äh, Fernkampf sind. Und doch, ich will nicht weiter reingehen. Ich hab mich gefordert, dass hier keine Monster gibt, so wolltest du mir so viel mehr. Das ist Gold. Und hier ist etwas ganz Schönes, aber ich weiß es nicht, ob ich es abbauen soll. Ich würde mir lieber so einen kleinen Unterschlupf jetzt abbauen. Irgendwie jetzt aus Koppel, was kleines Bauen, denn ich will ja auch irgendeinen Schutz haben, wenn ich jetzt eure Folge ausführe. wenn ich jetzt vor mir bekomme, ich bin übertragend, hierher meinte ich so dass der Craft & Table nicht alles versteht auch kaputt, auch super erstmal eine Box dann einen Ofen ok, dann in die Ferne ist gut da kommt der Ofen hin und hier die Box Kohle habe ich noch genügend ich werde das ganze Zeug jetzt hier hin und wir sind relativ sicher, wie ich mir sage da rechts ist Gold und so ja ok, auf jeden Fall mal hieß es hier noch ein Spaypoint ähm, add in in trimmen trimmen, sehr passt schon so reintun ähm, ich schaue noch kurz, was Copper ist Copper kann man Copper machen? ja, sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus was er alles machen kann doch ich würde es aber sagen ich beende den Part bis auf Wiedersehen tschüss bis bald euer Superfreak tschau 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 tschau